chill mal deine base das wird auf jeden fall nicht wort es oder jugend wort des jahres werden ich glaube das ist schon richtig altbacken aber bases bauen ja neue liga neues glück neue base also woher nehmen wenn ich stehlen würde ich sagen so eine base ich stehle auch immer die bases also ich bin richtig guter base stehler oder weiß klauer weil ich bin ganz ganz schlechter base bauer muss ich sagen vielleicht wäre ich gar nicht mal so ein schlechter base bauer also das ist natürlich sehr klassische layout bearbeiten alles bewegen alles entfernen und dann fängst du an und dann fängst du an ja 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 hab ich da lust drauf nein habe ich keine lust drauf okay wenn ihr auch keine lust drauf habt dann bleibt auch natürlich immer noch der weg dass ihr euch bases mittel links sucht denn mittlerweile oder sehr lange haben wir schon diese einfüge funktion hier bei clash of clans finde ich auch sehr gut habe ich eigentlich willkommen gesagt ja wir kommen zu einer neuen folge und finde ich sehr gut was ich daran noch viel besser finde dass es mittlerweile sehr viel quellen gibt wo du nicht jetzt den base bildern vertraust also ich bin auch mitglied bei blutplen zum beispiel da habe ich mir sogar schon mal eine base packung gekauft ist aber schon ein bisschen länger her die waren auch gar nicht mal so schlecht und haben fast gehalten weil man konnte damals noch nicht selber testen das coolste ist natürlich du holst in der base und kannst sie gleich selber testen aber die bases haben dann wahrscheinlich auch einen timer aber welche quellen nutze ich eigentlich um ihr es ist zu holen und fliegen zu verjagen und fliegen zu verjagen nämlich das teil hier um mir eine base zu holen gehe ich oftmals auf xx ist immer eine gute plattform wo es bases gibt vor allen dingen von kreatoren die womöglich das ganze für umsonst raushauen und kein geld dafür benutzen oder kein geld dafür wollen finde ich natürlich sehr sehr gut dass sie das nicht nehmen die sagen natürlich immer eine eigene verantwortung und es geht nichts auf meine kappe wenn ihr trotzdem gedreiert werdet oftmals sind es dann natürlich auch bases die man schon auf youtube irgendwo gesehen hat und die vielleicht schon drei sterne kassiert hat das weiß man halt nicht so genau man muss ihnen schon ein bisschen vertrauen und was ihr auf jeden fall machen solltet wenn ihr in der base habt und seht mensch drei single entferne sind vielleicht doch nicht so krank dann lieber zwei multi und ein single je nachdem wie die angeordnet sind also gerade das was man verstellen kann damit die base nicht noch mal ein timer bekommt kann man natürlich umstellen also bomben fallen luftbomben luftfallen und so weiter und das finde ich sehr sehr gut selbst bei telegram gibt es schon die ein oder andere base use at your own risk ja ist klar ein eigenes risiko aber ist es sie ist gebaut von jemand anders und wenn ihr so eine base nehmt ich suche eigentlich eine ratus 15 basic kopiere mir jetzt mal keine denn ich zeige euch jetzt weil ich tatsächlich für meinen ratus 15 eine tolle base suche wie ich natürlich noch andere quellen nutze also dazu gehört natürlich nicht nur x dazu gehört dann auch glaube ich instagram bei tik tok eigentlich gucken ich habe nichts tik tok muss ich sagen also tik tok das liegt mir ganz ganz weit fern mich da noch auch noch im hirn matschel machen zu lassen ich bin schon reichlich matschel im hirn da brauche ich nicht nur tik tok und deswegen nutze ich meistens diese 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 nur diese beiden quellen nämlich x und es gibt immer witzige sachen hier und nicht zu vergessen youtube youtube ist immer eine sehr sehr gute quelle dafür um town halls oder rathäuser zu finden das heißt also mit der suchen funktion ich bin ja jetzt am tablet ihr seht was ich immer suche ich finde es übrigens beeindruckend dass er das der erste hier bei mir in der in der suche in folge finde ich sehr gut also wenn ich so und ich keine videos bringen dann verlieren wir abonnenten bei ihm ist das anders er macht das genau andersrum er macht keine videos und gewinnt abonnenten ich finde es beeindruckend ich frage irgendwann mal an bei ihm wie er das macht war was sein erfolgs geheimnis ist ich suche dann immer townhall das findet man eher townhall 13 ihr seht jetzt kommt jetzt kommt schon so ein paar sachen weil ich wahrscheinlich schon mal gesucht habe 15 bis link und farming base will ich allerdings nicht haben das heißt also wir wollen ein bisschen spezifischer war base würde ich sagen nehmen wir uns und dann gucke ich natürlich was ist hier cool was ist hier was ist hier fresh ja wir schreiben jetzt den 31 7 20 24 um 21 uhr 56 vor acht stunden kam da oben best tor noch 15 base bis link 20 24 ok 20 24 ist dann auch schon sieben monate alt geht den achten monat rein also könnte da ist schwierig und ich kenne die natürlich auch alle nicht mehr aber es ist natürlich schnell gemacht mal eben schnell noch eine base zu suchen also wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle dass das wir jetzt gleich zwei in zwei stunden geht die liga los und meine bases kacke dann gehe ich natürlich hier mal rein vielleicht vielleicht eine die noch die noch nicht ganz so fresh ist anti zwei stern ja man könnte jetzt noch ein bisschen spezieller suchen anti drei stern ruht reiter oder was auch immer ja oder 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 blimp wir nehmen mal ihn hier wenn er mal jene also den klassischen gaming und jetzt muss ich selber mal gucken ich glaube unter mehr bekommen wir hier die base links und unter mehr kriegen wir jetzt die ganzen base links hier legend base war base bis link aus base base ok wir brauchen eine anti zwei star base oder wir brauchen eine legend wäre ist eigentlich nicht die cwl base link will ich nehme mal den zweiten ich nehme an den zweiten link der öffnet sich dann nicht in einem browser des vertrauens okay ach da hat er das verhashtag warte 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 das ist doof das ist ich habe jetzt eigentlich links erwartet leute ich habe eigentlich jetzt links erwartet hier sind die base links ok sorry leute hier sind die base links also den base link öffnet ihr dann mit einem browser eures vertrauens ich nehme immer den safari hier und mit open clash of clans kommt ihr ins spiel rein falls sie nicht gerade disconnect sein müsste das ganze noch mal wiederholen weiß auch nicht warum clash of clans im hintergrund disconnected aber egal wir nehmen das als kriegsbasis weil meine kriegsbasis echt nicht gut sie hat mal gut gehalten aber ich glaube die hier war immer am schlechtesten und wenn man sich das natürlich jetzt anschaut dann krasses teil ok aber ist auch ein bisschen bekannt bekannt auch wie man sie machen kann beziehungsweise das operator steht natürlich jetzt nicht ganz in der mitte aber die mitte ist gut verteidigt würde ich sagen und ob die jetzt gut oder schlecht ist jetzt kann man natürlich noch mal prüfen steht der monolith auf bodenluft steht der adler auf bodenluft und so weiter und wie stehen die x-bögen eigentlich die stelle ich eigentlich immer ganz gerne auf auf nicht nur boden also bin ich ganz ehrlich weil die range geht außerhalb der der dings eigentlich rein das ist mir ein bisschen weit und dann schießen die nicht mehr auf luft das mag ich nicht so gerne deswegen würde ich die ganz gerne an der stelle umstellen wir haben hier ein gifturm ich glaube der ist in ordnung und ein guturm er ist auch in ordnung weil warum soll ich jetzt die klar bewohnung sichtbar machen macht er vielleicht keinen sinn dann lieber mal ein bisschen mehr feuer in der base wir haben zwei scattershot in der mitte das sieht ganz gut aus wir haben auch irgendwo inferno türmer aber eigentlich inferno tun naja die haben wir ja auch drin ein zumindest sehe ich alter die base ist ja so vollgepackt ne voller sachen nicht dass man da meiner entferne tür mir irgendwie rutschen kann also mit dem kampfholz kann man aber glaube ich nicht ich finde nur zwei entferne türmen ich hatte die nicht gesetzt doch okay das ist nur schmuck am nachtempel das hat das jetzt sich sowieso nicht ich erkenne jetzt tatsächlich in diesem wust hier nicht wo die ach doch da ist noch einer und hier hinten ist noch einer ja okay dreimal multi die können wir mal jetzt das doofe ist ich kann sie natürlich aktivieren jetzt mal im laufenden sekad er geht nämlich in ein paar minuten los dann kann sich schon genutzt werden ja das müsste jetzt schon mal eine neue sein jawohl da kann man sie wenigstens einmal testen weil zum selber testen geht sie leider noch nicht herausfordern layout ändern und aktive klar es geht im moment nicht die geht leider erst in einen tag ein bisschen doof also noch warten man hätte sich das auch vielleicht mit james freikaufen können aber das sind so die möglichkeiten die ich eigentlich ganz gerne nutze kann gucke dann natürlich auch mal ein angriff auf mich an um mal zu analysieren klappt da was klappt da was nicht habe ich eine antirut leider b ist also die beiden hier vor mir hatten jetzt keine antirut rider bases weder der vor sieben stunden noch der vor einer stunde also jetzt live im stream aber ist auch eigentlich latte denn das ganze muss dann eher eher so ein bisschen wachsen aber auch dieses base bildigen geschäft hier muss ich sagen ist sehr sehr kurzlebig ich kriege ich bin in etlichen discords bekomme auch einen ganzen haufen nachrichten über neue angebote über anti 2 klaus places und so weiter und dann tummelt sich auch noch sein ist ja und unter den base bildern auch nicht schlecht ja aber alles was ihr zu baut wird eh ganz ganz schnell gedreht weil sich natürlich alle auf diese base stürzen oder aber jemand hatte eben im chat gesagt du nimmst die base aber nur zum üben weil alle anderen sie haben so kann man es natürlich auch machen aber trotzdem ich tue mich da immer sehr sehr schwer meine bases vor allen dingen zu wechseln wenn sie denn halten bräuchte nicht wechseln wenn sie denn so eben halten da kann man natürlich mal was modifizieren wo war die schwachstelle da können die noch mit einer blind landen oder laufen die rudrader nicht in die ersten fünf riesenbomben und sind sofort instant tot oder was auch immer und dann kannst du natürlich agieren und reagieren und kannst dementsprechend deine base umstellen aber ich denke man drei jahre muss man irgendwann sowieso hinnehmen es gibt diese unend diese diese art fiete will base die gibt die gibt es einfach nicht die was es auf jeden fall gibt es gibt hellen die laufen rechts rum es gibt truppen die laufen links rum gibt es auf jeden fall ok noch ein bisschen böse ich war schlecht gefallen so muss man sagen aber so lange wie die rudrader hier überleben es sind ja nur drei stück für die für die duiden hier die sich jetzt ja in die bären verwandeln da ist das auf jeden fall ausreichend so lange wie die die mauern aufmachen für die passt das absolut hier geht noch mein mein baby drache geht auch noch ganz geschmeidig mit der kriegt auch überhaupt kein stoff hier also ganz locker hier oben räumen die helden ganz nett auf und dann werden das auch easy drei sterne beim farm hier also der hat die base schlecht kopiert nicht gut gebaut und sollte sich gedanken machen dass er nicht so abgefahren wird obwohl das abfahren glaube ich nicht so fresh ist hallo matrosen na matrose leicht matrose leicht matrose sparkling meldet sich an bord oder heißt das an deck an deck und sparkling hat natürlich auch werbung in eigener sache wieder erfrischendes dabei keine frage ist sehr lecker ich habe es noch nie getrunken aber egal ich wollte nur darauf hinweisen wie ich auf jeden fall die basis baue wir haben jetzt noch nicht liga leute morgen fängt die liga an wir spielen 15 dabei den herausforderungen ich brauche kein mehr ich glaube wir sind genug auch ich weiß es noch gar nicht zähle immer durch ich lasse gleich mal durchzählen und dann eine 15 aber free to play und eine schöne geschmeidige 30er bei totusbande es wird eine ganz ganz tolle witzige woche vor allen dingen bei dieser hitze wird das sicherlich richtig schick wenn ich jetzt die fliege nicht kriege dann kriege ich den ganzen namen nicht aber ich habe sie eben schon schwindelig geschlagen nichts verraten weil ich nehme die nur gefangen hier drin ich nehme die nur gefangen ich mache sie nicht ganz weg und dann schüttel ich die raus man kann sich die nächste der nächste vogel die fliege holen egal wer durch die folge von baseball und also war ja gar keine baseball folge aber so kann man es machen der ein oder andere hat es vielleicht nicht gewusst und ihr seht ja auch selber ich habe mir hier längst auch mit meinem main account gucke ich mal auch da habe ich mir diese freien slots noch nie gekauft die es dann natürlich mehr gibt man hat natürlich nur drei stück in der normalen basis warte ich versuche das mal nachzumachen so gekrampften hände warte 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 hier oben über der augenbrauen ist der daumen das wird jetzt mal samt weil ich habe ja alle meines haben jetzt verloren weil meine externe festplatte wirklich nach ist und da war meine ganzen samt jetzt auf meine ganzen bilder okay der bekommt man ratlos auf jeden fall nicht aber den rest hat er gekriegt ja auch nur den lot für jetzt höre endlich aufkommen das dauert auch mal so unendlich bis der button kommt jetzt nach hause aber es ist schon immer beeindruckend dass ausgerechnet dann wenn du in das game reingehe ist dann angriff auf dich geflogen kommt oder geflogen wurde jetzt kann ich endlich raus hat er mich noch die zwei stern verteidigungs lockt er hat mich noch er hat mich doch noch gezeigt hat echt das rathaus noch kriegt der lump okay aber keine 100 prozent da kannst du mal sehen meine farm base hält ja auch ich habe auch hier eine neue ck base die müsste ich eigentlich auch mal heute abend testen ich glaube ich teste ich auch mal die zeige ich euch aber nicht die ist echt top secret die habe ich also aus und nicht aus dem darknet aber so ähnlich würde ich sagen ich gehe jetzt noch mal ins ende wenn euch die folge als gut gefallen hat dann lasst mir einfach ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen am kanal dranbleiben und natürlich auch die live streams hat tps doppelpunkt schräger schräger www twitch.tv schräger toto clasht und dann könnt ihr ganz ganz umsonst bei mir ein bisschen mit live reinschauen ich würde mich freuen wenn wir uns sehen bis dahin ciao ciao euer toto clasht herzlich willkommen schön ich allen ich